Mit rund 90 Nährstoffen ist die Walnuss ein echter Alleskönner und wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Um nur einige zu nennen, Magnesium, Zink, Eisen, Phosphor, etliche Vitamine und gute Fette, Eisen sowie Kalium machen aus der Walnuss ein echtes Superfood, das in jede gesunde und ausgewogene Ernährung gehört. Die Fülle an Antioxidantien kann neben typischen Alterserkrankungen auch Krebs und Krankheiten des Herzkreislaufsystems vorbeugen. Aber es gibt noch mehr Gründe, sich eine Portion Walnüsse pro Tag zu gönnen. Welche sind das? Siehe in diesem Video. Walnüsse sind gesund fürs Gehirn. Walnüsse sind nicht nur fürs Gehirn super und verbessern die geistigen und motorischen Fähigkeiten, sie schützen uns auch vor einem Leistungsabfall im Alter. Zu verdanken haben wir das dem Vitamin B in der Walnuss. Vitamin B ist förderlich für die Konzentration und senkt nachweislich unseren Stressspiegel. Zudem liefern Walnüsse wertvolle Energie. Walnüsse helfen bei Diabetes. Wissenschaftler der Harvard School of Public Health haben in einer Studie herausgefunden, dass sich die Wahrscheinlichkeit für Menschen, die regelmäßig Walnüsse verzehren, an Diabetes Typ 2 zu erkranken minimieren kann. Walnüsse sind gesund fürs Herz. Wer regelmäßig Walnüsse zu sich nimmt, kann Herzkreislauferkrankungen vorbeugen. Schon eine kleine Menge an Walnüssen senkt den Cholesterinspiegel, sorgt dafür, dass unsere Blutgefäße flexibel bleiben und erhalten die Fließeigenschaften unseres Blutes. Walnüsse sind in der Schwangerschaft gesund. Die guten Inhaltsstoffe der Walnuss sind wichtig für viele Abläufe im Körper. So wird das Immunsystem gestärkt, Knochen und Zähne werden beim Aufbau unterstützt und die Konzentrationsfähigkeit wird ebenfalls gefördert. Walnüsse sind gesund für die Verdauung. Auch bei der Verdauung können Walnüsse helfen. 100 Gramm Walnüsse enthalten 6 Gramm Ballaststoffe, die eher verdauungsfördernd sind. Walnüsse können das Krebsrisiko senken. Walnüsse enthalten sogenannte Polyphenole, die die Regeneration des Körpers unterstützen. Nimmt der Körper Polyphenole auf, wandelt er sie zu Erlagsäure um. Diese wiederum wirkt entzündungshemmend. Walnüsse enthalten viele Proteine. Diese sind wichtig für den Muskellaufbau. 100 Gramm Walnüsse enthalten 15 Gramm Protein. Damit ist die Walnuss eine tolle pflanzliche Eiweißquelle. Zusätzlich liefern sie auch für den Muskellaufbau wichtige gesunde Fette und Kohlenhydrate. Walnüsse wirken Alterserkrankungen entgegen. Walnüsse stecken voller Antioxidantien, die freie Radikale neutralisieren. Dadurch können Walnüsse Krankheiten vorbeugen, die freie Radikale verursachen können, wie beispielsweise Alterserkrankungen wie Grauer Starr, Alzheimer oder Parkinson. Vor allem das in der Walnuss enthaltene Vitamin E und das Hormon Melatonin sind hierfür verantwortlich. Mit Walnüssen abnehmen. Walnüsse schmecken lecker, sind knackig, stecken voller guter Inhaltsstoffe und reduzieren das Hungergefühl, da sie sättigend sind. Eine Studie hat sogar herausgefunden, dass Walnüsse dabei helfen, unser Hungergefühl zu minimieren und Heißhunger vorzubeugen. Die empfohlene Tagesmenge liegt bei Walnüssen bei 8 ganzen Nüssen. Diese kleine Menge reicht aus, um von all den gesundheitsfördernden Eigenschaften der Walnuss zu profitieren und ist so maßvoll, dass der Genuss dem Körper aufgrund von zu viel Fett nicht schadet. Egal ob roh, geröstet, im Salat oder in der Pasta, Walnüsse schmecken uns immer. Mit diesen Ideen tust du deinem Körper etwas Gutes und unterstützt deine Gesundheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017